So, liebe Leute, die Versammlung ist jetzt angemeldet, mit Maske und Abstand. Und mit Versammlungsleiter. Aber ich will nicht an der frischen Luft mit Maske rumrennen. Das ist Erziehung. Und mit Versammlungsleiter. Wir sind das Volk! 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 Auf geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie dürfen nicht an der Versammlung teilnehmen. Ihre Versammlung erfolgt im Rahmen eines Aufzuges. Sie werden aufgefordert, bzw. der Versammlungslange, den Aufzug nach den Geltemeldien durchführen zu lassen. Bitte achten Sie, dass Teilnehmer, die eine tätbare Leitungsfunktion einnehmen, als Versammlungslange angenommen werden. Sie haben die Möglichkeit, für Ihr Anliegen friedlich zu demonstrieren. Unterstützen Sie die Polizei für einen friedlichen Verlauf und wie er es ist. Sollten Sie nicht beabsichtigen.